Atschalasana, die unbewegliche Stellung, ist eine Variation von Kakasana, die Krähe. Felix zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Hockhaltung auf Zehenspitzen. Von hier gibt die Hände etwa schulterbreit auseinander und gibt die Ellbogen leicht nach außen und beuge die Oberarme. Dann gibt die Oberschenkel auf die Oberarme oder auf die Ellbogen und lasst die Unterschenkel neben den Ellbogen. Anders als bei der Krähe. Grundstellung sind hier also nicht die Schienbeine oder Knie auf den Oberarmen, sondern die Innenseite der Oberschenkel. Dazu bedarf es etwas mehr Kraftanstrengung in der Innenseite der Beine, was auch die Adduktoren stärkt. Atschalasana heißt, du willst auch in Situationen, die anstrengend sind, innere Ruhe bewahren. Atschala gilt auch als eine der Ideale eines Yogis. Er kann auch Ruhe bewahren, wenn es schwierig wird.